Kapitel 14 Die Endzeitreden Jesu Jesus bezieht sich in seinen Endzeitreden angeblich auf die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. Zumindest wird im Allgemeinen so ausgelegt. Aufgrund dessen, was wir oben festgestellt haben, betreffen Jesu Aussagen aber gar nicht die damalige Zeit, sondern die letzte 70. Jahrwoche. Bestenfalls haben sich Teile seiner Aussagen 70 n. Chr. vorerfüllt. Mehr aber nicht. In Lukas 19, Vers 41 folgende steht Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Die Feinde, die einen Wall gegen Jerusalem aufwerfen, werden zumeist auf die Römer gedeutet, die im Jahr 70 n. Chr. Stadt und Tempel zerstört haben. Aber die damalige Zerstörung Jerusalems liegt außerhalb der 70 Jahrwochen, wie wir oben festgestellt haben, während die endzeitliche Zerstörung Jerusalems innerhalb der 70 Jahrwochen liegt, nämlich in deren letzter 70. Jahrwoche. Diese 70-Jahr-Wochenordnung Daniels ist bei der Auslegung der Endzeitreden Jesu unbedingt zu beachten und darf nicht unberücksichtigt bleiben. Unter diesem Vorzeichen muss auch Matthäus 24, Vers 2 verstanden werden. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Jesus verweist ja also nicht allein auf das Tempelgebäude, das unmittelbar vor ihnen stand, sondern auf das alles, also auf die ganze Stadt Jerusalem. Er bezieht seine Worte auf die Zerstörung Jerusalems in der letzten Jahrwoche, wenn die ganze Stadt wiedergeboren und ein Tempel Gottes sein wird. Auch wenn bei großzügiger Deutung aus Matthäus 24, Vers 2 die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. abgeleitet werden könnte, liegt doch der eindeutige Schwerpunkt seiner Aussage auf der endzeitlichen Erfüllung, weil sie allein in Übereinstimmung mit der Jahrwochenordnung Daniels steht. Lesen wir Lukas 21 aus dieser Perspektive, dann lautet der Text so. Wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, in der 70. Jahrwoche, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Als dann wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Es geht hier um die vollständige Erfüllung alles dessen, was geschrieben ist. Aber das war im Jahr 70 n. Chr. noch nicht der Fall. Also weiter im Text. Diese Stelle haben wir bereits auf die Wiedergeburt Jerusalems gedeutet, die aber erst zu Beginn der 70. Jahrwoche erfolgt und nicht im Jahr 70 n. Chr. geschah. Denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dies Volk kommen, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Das heißt, Israel wird in der Endzeit noch einmal unter die Völker verkauft werden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, nämlich in der Endzeit, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind, wenn Christus auf den Ölberg kommt. Zum besseren Verständnis der Verse sollte man folgenden historischen Umstand kennen. Im Mai des Jahres 66 verübten die jüdischen Zeloten in Judäa einen Aufstand gegen die römische Besatzung und konnten einige Anfangserfolge erzielen. Daraufhin entsandte der römische Kaiser Nero im Oktober ein Heer unter dem Kommando von Vespasian, um die Unruhen in Judäa zu beendigen. Dessen 26-jähriger Sohn Titus begleitete ihn. Vespasian wurden die drei Legionen Legio V Mazedonia, Legio X Fritensis und Legio XV Apollinaris zur Verfügung gestellt. Titus befähigte als Legat die 15. Legion. Insgesamt verfügte Vespasian inklusive Hilfstruppen über ein Heer von etwa 60.000 Mann. Die Größe des Heeres und die wichtige Position des noch recht unerfahrenen Titus, der bisher noch nicht einmal Präter gewesen war, zeigen das Vertrauen, das der Kaiser immer noch in die beiden Flavia setzte. Im Jahr 67 konnte Vespasian den Aufstand in Galiläa, in Transjordanien und im Küstenstreifen beenden. Damit war Judäa von drei Seiten umstellt. Nach Eroberungen in Judäa standen schließlich römische Truppen vor Jerusalem. In der Stadt hatte Titus zum Pilgerfest ca. 1,1 Millionen Menschen eingeschlossen. Das entsprach ca. der zehnfachen normalen Bevölkerungsdichte Jerusalems. Der Plan war, die Stadt auszuhungern. Im Sommer 68 beging Nero Selbstmord. Es kam zu Wirren im Römischen Reich, die als das Vier-Kaiser-Jahr bezeichnet werden. An dessen Ende wurde Vespasian zum neuen Kaiser ausgerufen, weil er sich auf die Unterstützung der Stadthalter und Legionen des Orients und Germaniens stützen konnte, wo er vormals stationiert war. Er kehrte nach Rom zurück, um den Kaisertron für sich zu sichern. Sein Sohn Titus blieb in Judäa zurück und hielt durch Verhandlungen mit den Kommandeuren der dort stationierten Legionen seinem Vater den Rücken frei. Er sollte den Feldzug zu Ende bringen. Quelle Wikipedia Eroberung von Jerusalem 70 nach Christus Abfragedatum 4.9.2017 Während der Rückkehr Vespasians nach Rom stockte die Belagerung für kurze Zeit und alle Christen, die zu der Zeit in Jerusalem eingeschlossen waren, nutzten die Gelegenheit, die Stadt zu verlassen, angeblich aufgrund der Vorhersagen Jesu in seinen Endzeitreden. Es heißt, dass kein einziger Christ bei der damaligen Belagerung Jerusalems ums Leben gekommen sei, weil sich alle an die Vorhersagen Christi hielten. Insofern kann eine Vorerfüllung durchaus anerkannt werden. Im engeren Textsinn jedoch bezieht sich die Aussage Jesu aufgrund der Daniel-Prophetie auf die letzte Zeit und damit auf die letzte Jahrwoche. Mit unserem jetzigen Wissen können auch die Endzeitreden Jesu neu gedeutet werden. Nahezu alles, was Jesus in diesen Versen sagt, bezieht sich nicht auf die damalige Zeit und noch weniger auf die vergangenen 2000 Jahre Gemeindezeit, sondern allein auf die Endzeit und hier speziell auf die letzte 70. Jahrwoche. Dabei sind die Aussagen Jesu sämtlich geografisch begrenzt auf Israel und die umliegenden Staaten, sofern sie mit der Endzeitgeschichte Israels und im Besonderen mit Jerusalem zu tun haben. Diese Sicht widerspricht der gängigen Auslegung, ist aber am Text der Bibel nachvollziehbar und entspricht der Jahrwochenordnung Daniels. Viele Ausleger verwenden insbesondere auch die tröstlichen Worte Jesu für die gegenwärtig zum Teil sehr angefochtene Situation der Gemeinden in der Nationenwelt, wie zum Beispiel in China, Nordkorea, in islamischen Ländern und für viele Jahrzehnte auch in Russland. Ich bin der Überzeugung, dass diese Auslegung durchaus gerechtfertigt ist. Im engeren Textzusammenhang jedoch handelt es sich um eine sehr spezielle endzeitliche Phase, nämlich die 70. Jahrwoche. Denn Jesus sagt, vor diesem allen aber muss das Evangelium den Nationen verkündigt werden. Dieses Wörtchen vor zeigt, dass die Ereignisse, die Jesus hier beschreibt, am Ende der Gemeindezeit liegen müssen. Es gibt weitere, deutliche Hinweise darauf, dass sich die beschriebenen Ereignisse, Kriege etc. nicht weltweit abspielen, sondern speziell im Umfeld Israels und in Israel selbst. Hier wäre zum Beispiel die Formulierung, wer im jüdischen Land ist, zu nennen. Hieran wird deutlich, dass es sich speziell um Judah und damit um Israel handelt. Außerdem zitiert Jesus den Propheten Daniel, der sich ebenfalls mit der Belagerung Jerusalems durch Antiochus Epiphanes befasst und vorhersagt, dass ein Gräuel der Verwüstung angerichtet werden wird. Diese Aussage birgt also sowohl eine geografische als auch eine zeitliche Komponente. Denn geografisch weist sie unzweifelhaft auf Jerusalem hin. In der zeitlichen Einordnung legen viele Ausleger den Gräuel der Verwüstung auf das Jahr 70 nach Christus aus, als der römische Feldherr Titus im Tempel eine römische Standarte aufstellte. Dies widerspricht aber der Aussage Daniels, der für die Geschicke Jerusalems und Israels lediglich 70 Jahrwochen vorhersagt. Die Zerstörung Jerusalems lag aber unbestritten außerhalb der 70 Jahrwochen, weil rund 40 Jahre nach dem Tod Christi. Sie ist daher, so erstaunlich dies auch klingen mag, in der Prophetie Daniels, die ausschließlich Israel betrifft, nicht enthalten. Die Zerstörung des Tempels und Jerusalems kann laut Daniel erst in der letzten Jahrwoche geschehen. Denn die ersten 69 Jahrwochen enden mit der Verwüstung Jerusalems durch Antiochus Epiphanes. Die letzte Jahrwoche hingegen knüpft exakt an diese Zeit an und führt sie mit dem endzeitlichen Antiochus, dem Antichristen, zu Ende. Das ist auch der Grund, warum Jesus in seiner Endzeitrede ausführlich auf Daniel hinweist und will, dass die Verse aus Daniel genauer Beachtung finden. Bei der Auslegung der Endzeitrede Jesu werden also folgende Voraussetzungen getroffen. Alle Aussagen Jesu in seinen Endzeitreden betreffen die letzte 70. Jahrwoche. Alle Aussagen betreffen Israel und im Besonderen, weil auch wörtlich erwähnt, Judah und Jerusalem. Listen wir also die Endzeitreden Jesu tabellarisch auf und deuten sie mit der gegenwärtigen Kenntnis neu. Kapitel 14.1 Markus 13 Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Einer der Jünger macht Jesus auf dem Tempel aufmerksam. Siehe. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Jesus hingegen fragt den Jünger zurück, ob er tatsächlich sieht, was Jesus sieht. Jesus spricht hier nicht von der Zerstörung des damals sichtbaren Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus, sondern er meint die letzte Zeit und daher einen anderen Tempel, den der Stadt Jerusalem selbst. Das sah der Jünger damals noch nicht. Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren. Das waren die ersten Jünger, die Jesus berief. Sie fragen Jesus, als sie allein waren. Es geht hier um eine sehr private und vertrauliche Sicht der Zukunft, speziell an Jesu Jünger. Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Die Jünger fragen. Fragen ist immer gut, vor allem, wenn man gute Antworten erwarten kann. Sie fragen Jesus nach der Vollendung. Jesus fing an und sagte zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Jesus antwortet auf ihre Frage nach der Zeit der Vollendung. Er kann sich daher nicht auf die damalige Zeit und auch nicht auf die Zeit der Zerstörung des zweiten herodianischen Tempels beziehen, denn damals war noch keine Vollendung. Als erstes warnt Jesus vor der Verführung. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und werden viele verführen. Viele werden den Namen Jesu missbrauchen, um Menschen zu verführen. Diese Verführung kann zunächst für Christen und Juden gleichermaßen verführerisch sein, denn beide warten in der Endzeit auf Christus bzw. auf den Messias. Wenn diese Verse sich aber auf die Endzeit beziehen, dann sind in erster Linie die Menschen in Jerusalem und Judah gemeint, die Judenchristen geworden sind. Das wird der wiedergeborene Überrest in Jerusalem sein. Siehe dazu Vers 9. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so fürchtet euch nicht. Es muss so geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Hier sehen wir deutlich, dass Jesus sich auf die Zeit des Endes bezieht. Das Ende ist noch nicht da. Für die Zeit kurz vor dem Ende, kurz vor der 70. Jahrwoche, kündigt er Kriege und Nachrichten über Kriege an. Er verschweigt also nicht, was kommen muss. Aber er ruft dazu auf, sich nicht zu fürchten und weiter auf das gute Ende zu warten. Es ist möglich, dass diese Kriege nicht allein in Israel, sondern auch im Umfeld, insbesondere im Norden Israels geschehen, wenn der Antichrist beginnt, sein Reich aufzubauen. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. In dieser Zeit kämpft im Nahen Osten ein Volk gegen das andere. Es kommen Kriege, Erdbeben, teure Zeit und Schrecknisse. Das ist der Anfang der Wehen. In diesen Wehen, die bei der Belagerung der Stadt Jerusalems eintreten, wird die Stadt an einem Tag geboren werden. Das heißt, zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ihr aber seht euch vor, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr gegeißelt werden und vor Stadthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinet Willen ihnen zum Zeugnis. Dieser Überrest, der dann an Jesus Christus glaubt, wird sich für seinen Glauben verantworten müssen, und zwar vor den religiösen Gerichten und Synagogen und den politischen Stadthaltern und Königen. Sie werden für ihren Glauben geschlagen werden. Wenn sie sich in den Synagogen verantworten müssen, meint Jesus mit seinen Worten aber keine Juden, sondern Christen. Das ist wichtig. Es geht hier um den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem und Judah. Auch wichtig ist die Bemerkung um meinet Willen. Also ist das Zeugnis Jesu Christi der Grund für diese Verfolgungen. Es geht also deutlich um Christen, beziehungsweise genauer, Juden, die sich in der Endzeit in Jerusalem und Judah zu Jesus Christus bekehrt haben. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Hier macht Jesus einen zeitlichen Rückschritt vor den Beginn der 70. Jahrwoche, nämlich in die Zeit der Gemeinde aus den Nationen. Dies war zum damaligen Zeitpunkt noch ein Geheimnis, das eigentlich erst Paulus geoffenbart wurde. Jesus gibt hier eine zeitliche Einordnung. Das, was oben für die Zeit des Endes beschrieben wurde, geschieht also erst nach der Zeit der Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden, am Ende der Gemeindezeit. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid nicht die, die da reden, sondern der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist durch sie redet, dann müssen alle die, die sich hier verantworten müssen, wiedergeborene Christen, beziehungsweise Judenchristen sein. Und es wird ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Die Verfolgung und Denunziation zieht sich bis in die Familien hinein. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Auch hier finden wir wieder die Formulierung, sie werden gehasst werden um meines Namens willen, also um des Namens Jesu willen. Sie sind Christen, beziehungsweise Judenchristen. Wenn ihr aber sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er steht, wo er nicht soll, wer es liest, der merke darauf, als dann wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Die geografische Verordnung ist Judäa. Die zeitliche Verordnung erfolgt durch den Bezug auf den Propheten Daniel, den Gräuel der Verwüstung, und damit auf die erst noch kommende 70. Jahrwoche und nicht auf 70 nach Christus. Ein Teil der Christen, nämlich die aus dem jüdischen Land, Vers 14, sollen in die jüdische Bergwüste fliehen. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Die Gefahr ist dann so drängend, dass sofortige Flucht angezeigt ist, denn sonst werden sie im Gräuel der Verwüstung ebenfalls getötet werden. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Schwanger und stillend ist dann Jerusalem selbst. Die Stadt ist dann wiedergeboren. Der wiedergeborene Überrest sind die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Jesus meint mit diesen Worten sicher auch Frauen und Kinder, die flüchten müssen, aber in prophetischer Hinsicht meint er insbesondere die wiedergeborene Stadt Jerusalem, die Tochter Zion, die geboren hat und dann stillend ist. Wehe ihnen, denn jetzt kommt die Zeit, wo sie alle durch den Antichristen umgebracht werden. Wehe aber. Daniel 9, Vers 27 wörtlich heißt und bis in den hintersten Winkel, Doppelpunkt, Gräuel der Verwüstung. Nach Offenbarung 11 geschieht das nach 1260 Tagen. Wir befinden uns hier also in der Mitte der 70. Jahrwoche. Dazu passt, dass Jesus Daniel zitiert, der den Gräuel der Verwüstung ebenfalls genau in der Mitte der 70. Jahrwoche verortet. Zitat, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe, denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht wieder werden wird. Die Trübsal wird so groß werden, weil der Antichrist wütet und der Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird und weiß, dass er wenig Zeit hat. Offenbarung 12 Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig. Aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Und so der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, das heißt, sie werden nicht verkürzt, sondern der Herr hat sie bereits verkürzt. Es ist alles schon fest beschlossen und es handelt sich um eine festgelegte Zeit, die ihr durch Gott definiertes Ende hat. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Das ist eine erneute Warnung vor Verführung. Der in die Wüste geflohene Überrest soll sich nicht verführen lassen, als ob Christus schon komme und soll sein Versteck nicht verlassen. Es ist ein erneuter Hinweis, dass es sich um Judenchristen handelt. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, sodass sie auch die Auserwählten verführen würden, wenn es möglich wäre. Es geht auch hier wiederum um Judenchristen, und zwar innerhalb der 70. Jahrwoche. Denn erstens versuchen falsche Christusse sie zu verführen und zweitens werden sie selbst als Auserwählte bezeichnet. Die Verführung geht sogar mit Zeichen und Wundern einher. Sogar die Auserwählten könnten verführt werden, wenn es denn möglich wäre. Hier klingt meines Erachtens durchaus etwas Calvinismus und reformatorische Erwählungslehre durch. Ihr aber seht euch vor, ich habe es euch alles zuvor gesagt. Das ist ein erneuter Ruf zur Wachsamkeit. Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Verfinsterung von Sonne, Mond und Sternen ist das Zeichen, auf das alle Judenchristen in der jüdischen Wüste und in der ganzen Welt warten sollen. Der Menschensohn kommt laut Jesus nach der Bedrängnis und nach der Trübsal. Er kommt bis in die Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist die Sammlung und schließlich die Entrückung. Es sieht durchaus so aus, als ob nicht nur in Jerusalem oder in der jüdischen Wüste Christen wären, sondern auch noch immer in der ganzen Welt. Auch diese werden mitentrückt. Christus vergisst niemanden. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Die Blätter können allein geistliche Frucht bedeuten. Wenn die Blätter des Feigenbaums saftig werden, ist Jerusalems Wiedergeburt geschehen. Die Stadt ist dann durch ihre Wiedergeburt zum Leben erweckt worden und bringt geistliche Frucht. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Das, was geschehen wird, ist, die Wehen beginnen, Vers 8. Jerusalem ist stillend, weil die Stadt wiedergeboren ist, Vers 17. Und der Gräuel der Verwüstung ist da, Vers 14. Dann ist Christus nahe vor der Tür, denn dann dauert es nur noch 42 Monate, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche, bis er zur Entrückung kommt. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Die Generation, die diese Phänomene, insbesondere die Wiedergeburt Jerusalems, sieht, wird nicht sterben, bis das Christus wiederkommt. Warum? Weil diese Phase längstens sieben Jahre dauert, nämlich die 70. Jahrwoche. In der bisher üblichen Auslegung macht dieser Vers keinen Sinn, denn die Generation, die die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus gesehen hat, ist bereits verstorben und dennoch ist Christus noch nicht gekommen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Das ist ein überaus wichtiger Vers. Gottes Wort ist wahr und wir können Gottes Worten nicht überschätzen. Es ist mehr als wichtig für unseren Glauben. Es ist das Licht, das uns an einem dunklen Ort scheint. Gottes Wort wird nicht vergehen, selbst wenn Himmel und Erde das tun. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Das ist die Beantwortung der Frage der Jünger, wann das alles geschehen wird. Niemand außer Gott weiß den Tag und die Stunde. Tag und Stunde der Wiedergeburt Jerusalems kann nicht errechnet werden. Aber wenn dieser Tag kommt, dauert es noch ungefähr sieben Jahre bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Seht euch vor und wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das ist ein erneuter Aufruf zur Wachsamkeit. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. Der Mensch, der über Land zog, sein Haus verließ, seinen Knechten Vollmacht und jedem seine Arbeit gab, ist Christus. Er hat uns also in der uns zugemessenen Weise Vollmacht und Arbeit gegeben, wohl dem, der diesen Aufgaben gewissenhaft nachkommt. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Wie können wir wachen, wenn wir nicht wissen, worauf wir achten sollen? Wir sollen auf den Tag achten, an dem die Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt. Denn mit diesem Tag beginnt die 70. Jahrwoche zu laufen und der Herr kommt bald wieder. Hierauf sollen wir achten. Ein Vorbote hierfür ist das Auseinanderbrechen des Staates Israel. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, damit er euch nicht schlafend finde, wenn er plötzlich kommt. Das bedarf keiner Erläuterung. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet! Dieses Wachen gilt nicht allein für die Endzeitgemeinde in Jerusalem und in der jüdischen Wüste. Es gilt für alle Christen weltweit. Ergänzend zum neuen Handbuch der biblischen Prophetie lese ich hier noch einige Verse aus Lukas 21 und Matthäus 24. Lukas 21 Vers 11 Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Selbst vom Himmel her werden große Zeichen geschehen. Allerdings geschahen diese Phänomene nicht im Jahr 70 nach Christus. Es muss sich hier also um die Endzeit handeln. Vers 12 Aber vor diesem allen werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Stadthalter führen um meines Namens willen. Es geht hier um den wiedergeborenen Überrest, der um des Namens Jesu Willen in den Synagogen verfolgt wird. Vers 13 Das wird euch widerfahren zu einem Zeugnis. Es geht hier um das Zeugnis der Gerechten. Sie sind gerecht, weil sie glauben. In Markus ging es um das Zeugnis der Ungerechten. Sie sind ungerecht, weil sie nicht glauben. Vers 15 Denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Gegner nicht widerstehen noch widersprechen können. Wenn Jesus selbst ihnen Mund und Weisheit gibt, dann müssen sie Christen sein. Und kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Was für ein Trost! Seid standhaft und ihr werdet euer Leben gewinnen. Was für ein Trost! Vers 20 Hier spricht Jesus von einem Heer, das Jerusalem belagern und verwüsten wird. Das ist die zweite Belagerung Jerusalems, denn oben sprach er bereits von einer Verfolgung um seines Namens Willen. Die Bekehrung der beiden Zeugen bei der ersten Belagerung Jerusalems hat also schon stattgefunden. Diese Belagerung hier ist die zweite Belagerung Jerusalems und führt zu ihrer Eroberung und Verwüstung, denn das ist die Belagerung, in der die beiden Zeugen getötet werden, der Gräuel der Verwüstung. Wir befinden uns hier also in der Mitte der 70. Jahrwoche. Vers 21 Wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge und wer in der Stadt ist, gehe hinaus und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein. Diese Stadt kann nur Jerusalem selbst sein. Das ist eine erneute geografische Einordnung der Geschehnisse. Es geht um Judah und um Jerusalem. Denn das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Dann erfüllt sich alles, was geschrieben ist. Es geht immer um die Schrift. Alle Prophetien, auch die über die Endzeit, haben ihre Wurzel in der Schrift, und zwar im Neuen und im Alten Testament. Gott vergilt den ungläubigen Juden, dass sie seinen Sohn verworfen und nicht an ihn geglaubt haben. Vers 23 Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden sein und Zorn über dieses Volk kommen. Das meint ebenfalls die zweite Belagerung, bei der die Tochter Zion, die dann schwanger und stillend ist, erobert und die beiden Zeugen umgebracht werden. Erstaunlich, es wird ein Zorn über dieses Volk Israel sein. Jesus sagt nicht mein Volk, sondern nur dieses Volk. Gott ist zornig, weil es seinen Sohn verworfen hat und auch nach 2000 Jahren nicht an ihn glaubt. Gottes Zorn wird über sie kommen. Vers 24 Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Die beiden Zeugen werden durch die Schärfe des Schwertes getötet. Ein Teil wird in der Endzeit noch einmal deportiert werden. Jerusalem wird zertreten werden von den Völkern, insbesondere vom Volk des Antichristen. Diese Zeit wird 42 Monate dauern. Offenbarung 13 Jerusalem wird dann zur Hure Babylon. Vers 28 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Auch an tröstlichen Worten fehlt es nicht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Auch hier wieder tröstliche Worte für die Nachfolger Jesu. Vers 34 und 35 Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Die Ereignisse sind lokal begrenzt auf Israel. Das Reich des Antichristen wird sich aber sehr groß im Nahen Osten etablieren. Siehe Daniel 11, Vers 42 folgende Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Der Einflussbereich des Antichristen wird also durchaus überregional sein, wenn auch nicht global. Die Christenverfolgung oder zumindest die Benachteiligung von Christen wird ganz sicher in seinem Reich, wahrscheinlich aber auch darüber hinaus sein. Das Kommen Christi hingegen wird die ganze Welt überraschen. Matthäus 24, Vers 9 Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Hier ist der deutlich völkische Bezug zu beachten. Es geht hier nicht um die persönliche Verfolgung einzelner Christen, sondern um den Hass der Völker gegen Israel und speziell gegen Jerusalem. Sie werden gehasst werden um meines Namens willen, also um des Namens Jesu willen. Das bedeutet, die umliegenden Völker und die Völker der Welt hassen den wiedergeborenen Überrest in Jerusalem und Judah wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Vers 14 Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist eine zeitliche Einordnung, denn das Ende kommt, nachdem das Evangelium in der ganzen Welt den Völkern verkündigt wurde. Vers 29 folgende Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Christus kommt wieder nach der Bedrängnis, nach der Trübsal. Dies ist die Wiederkunft Christi in Wolken, wenn er seine Gemeinde entrückt. Offenbarung 11 sagt dazu, dass die beiden Zeugen auf ihre Füße treten und entrückt werden und dass sie von ihren Feinden gesehen werden. Zacharja sagt, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben. Diese Bibelstellen sind hier gemeint. Alle Geschlechter auf der Erde werden wehklagen, wenn sie den Menschensohn kommen sehen. Zacharja 12, Vers 10 folgende sagt dazu, und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich um ihn betrübt um ihn betrübt um ihn betrübt um ihn betrübt um ihn betrübt. Und sie werden sich um ihn betrübt um ihn betrübt...